Hast du dich jemals gefragt, wie es bei deinem Namen sein kann, dass du enorm große Schwierigkeiten damit hast, dich zu sozialisieren, eine Frau kennenzulernen, offen zu sein, du selbst zu sein, anstatt emotional zu verkrampfen. Denn sicherlich hast du bereits gehört, dass du ein emotionaler Mann sein sollst in deinem Leben. Jetzt komme ich daher gelaufen und sage, hey, das stimmt absolut nicht. Das sollst du definitiv nicht tun. Du solltest kein emotionaler Mann sein, denn emotionale Männer sind gefährlich. Warum sind emotionale Männer gefährlich? Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber wenn du emotional bist, dann machst du dumme Dinge. Das bedeutet also, du kommst auf die Idee, beispielsweise unglaublich viele Sachen einzukaufen und ihr diese Sachen zu schenken oder hunderte von Kilometern zu fliegen oder tausende von Kilometern zu fliegen, nur um sie wiederzusehen. Du kommst auf so Ideen wie, dich in dem Restaurant einzuschleichen, wo sie immer ist und isst und willst sie unbedingt sehen. All diese Dinge passieren plötzlich. Du kommst auf sehr, 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 sehr dumme Gedanken. Das heißt also, dein Gehirn schaltet aus und deine Emotionen übernehmen. Und das ist nicht der Sinn eines starken Mannes. Der Sinn eines starken Mannes ist nicht, dass seine Emotionen über ihm stehen und Macht über ihn haben, sondern der Sinn eines starken Mannes ist, dass seine Emotionen unter ihm sind und dass er Macht über sie hat. Okay, wenn du nett zu deiner Frau bist und liebevoll und alles mögliche, ist das nicht schlimm. Was schlimm ist, ist, wenn du emotional wirst, das bedeutet also, wenn du deine Emotionen nicht unter Kontrolle hast, wenn du durchdrehst, ausrastest, ausflippst, wenn du dumme Sachen sagst oder dumme Sachen machst, weil du zu bedürftig bist, weil du sie unbedingt haben willst, weil du zu besessen bist, das ist gefährlich. Aber wie kommt es dazu, dass das passiert? Dass jemand so unfassbar emotional involviert ist in gewisse Dinge. Es sind Blockaden. Es sind wirklich Blockaden im Unterbewusstsein, Hindernisse, die dich davon abhalten, endlich diese Emotionen fließen zu lassen. Und ich glaube, wenn du das verstehst, dann wirst du merken, warum du so ein Leben führst und warum du große Schwierigkeiten damit hast, deine emotionalen Trigger zu bearbeiten. Ich will, dass du folgende Sache verstehst. Bitte. 90% der Alleinerziehenden sind Frauen. 80% der Leihkräfte sind Frauen. Das heißt also, du wurdest sehr wahrscheinlich von Frauen in deinem Leben sozialisiert. Frauen sind emotionale Wesen und verspüren sehr viele Emotionen. Und ich will einfach nur, dass du folgende Sache verstehst. Ich habe viele Kunden, mit denen ich arbeite. Viele davon haben große Schwierigkeiten, mit einer Frau klarzukommen. Und viele davon haben kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Warum ist das ein Problem? Weil du musst einfach folgende Sache verstehen. In dir ist eine gewisse maskuline Energie, eine gewisse feminine Energie. Das Problem ist nur, wenn du sehr einseitig erzogen wirst, fängst du an, die andere Seite zu hassen oder nicht zu mögen. Sagen wir beispielsweise mal, du wurdest nur von deiner Mutter erzogen. Dein Vater ist nie da. Was glaubst du, wie wird sich eine Einstellung aufbauen ihm gegenüber? Ja, Papa war nie da für mich. Er ist nie für mich da gewesen, hat nie für mich eingestanden oder sonstiges. Du hast nur Beziehungen zu deiner Mutter. Deine Mutter ärgert sich vielleicht über deinen Vater. Weil der Vater die ganze Zeit irgendwie sie vernachlässigt oder nicht lieb zu ihr ist oder irgendwas passiert und sie ärgert sich. Du kriegst mit, wie sie sich ärgert über deinen Vater. Und immer mehr und immer mehr bewegst du dich auf die Seite deiner Mutter und weg von deinem Vater. Das heißt also, du baust eine Abneigung Maskulinität gegenüber auf. Dann kommst du in die Schule und dann wird dir beigebracht, dass du toxisch bist, wenn du männlich bist. Dass es giftig ist, dass du nicht männlich sein darfst. Das heißt also, du kriegst dein ganzes Leben beigebracht, dass du nicht männlich sein darfst oder männliche Eigenschaften nicht in deinem Leben zulassen darfst. Wenn Papa die ganze Zeit arbeiten lässt, die ganze Zeit vielleicht lauter ist oder strenger oder sonstiges, dann ist das böse. Was machst du nun also? Emotional, mental, unterbewusst. Du sperrst diese Seite weg. Du sperrst die maskuline Seite in dir weg. Du lässt sie verschwinden. Du möchtest sie nicht haben. Du unterdrückst diesen Teil von dir. Und lässt umso mehr den emotionalen, sensiblen Teil in dir raus. Und was geschieht nun, sobald du deine Frau kennenlernst? Du nimmst all diesen Bullshit, den du da drinnen hast, mit in diesen Kontakt mit dieser Frau und lässt sie dort raus. Du glaubst, dass es funktioniert. Und diese Emotionalität irgendwie, irgendwann wirken wird. Und dass sie dich dafür lieben wird. Und das hat deine Mama dir ja beigebracht. Und was geschieht nun? Du merkst, es klappt nicht. Du merkst, es funktioniert einfach nicht. Du merkst, dass sie viel lieber zu dem Typen geht, der wie dein Vater ist. Der maskulin ist. Der härter ist. Der radikaler ist. Der ernster ist. Mehr Ecken und Kanten hat. Und in diesem Moment stellst du dir die Frage, was stimmt hier nicht? Warum, zum Teufel, ist sie bei ihm und nicht bei mir? Ich hab doch alles gemacht, was ich tun sollte. Wieso funktioniert's nicht? Was soll das? Und langsam, aber sicher, tritt der Frust ein. Du wirst frustrierter. Du wirst genervter. Es ärgert dich. Stört dich. Und diese Emotionen machen dich verrückt. Dann wirst du immer gefährlicher. Und gefährlicher. Und gefährlicher. Du suchst Erleichterungen in Süchten oder Abhängigkeiten oder sonstigem. Pornografie. Alkohol, Drogen oder sonstigem. Du fängst an, intensive, emotionale Schiebe zu bekommen. Das heißt also, aus dem Nichts braucht nur eine kleine Sache passieren. Wumm. Du wirst emotional aus der Bahn gerissen. Oder du fängst an, in eine Opfermentalität zu fallen. Und zu sagen, dass alle anderen schuld sind. Dass du gar keine Verantwortung haben solltest für deine Emotionen, sondern dass alle anderen schuld sind. Und das sorgt dafür, dass du in eine immer tiefer gehende, negative Spirale fällst. Und das sorgt dafür, dass du unglücklich wirst. Was also ist der Schlüssel dazu? Was ist der Schlüssel, um endlich wieder rauszukommen? Das ist eigentlich wirklich simpel. Entweder du bist ein Mann, der baut oder zerstört. Oder du bist ein Mann, der diszipliniert ist und durchzieht oder bereut. Du hast die Möglichkeit in deinem Leben, diese Anteile von dir, diese maskulinen Anteile zu integrieren. Und ein Teil von dir werden zu lassen. Du musst es dir so vorstellen. In dir sitzt eine Bestie. Ein Monster. Aber du hast nie gelernt, mit diesem Monster klar zu kommen. Du hast nie gelernt, es zu steuern. Du hast nie gelernt, dich draufzusetzen und Macht darüber zu haben. Und was denkst du, wird jetzt passieren? Was passiert als nächstes? Dieses Monster hat Macht über dich. Es trampelt auf dich rum. Es macht mit dir, was immer es will. Weil dir dein Leben lang beigebracht wurde, dass du ein armer, armseliger Tropf bleiben sollst. Und keinen mentalen Muskel aufbauen sollst. Keine emotionalen Stärke aufbauen sollst. Sondern, dass du ruhig alles gehen lassen darfst. Sei einfach so, wie du bist. Das ist nicht der Weg des Mannes. Der Weg des Mannes ist eben diese Härte. Der Weg des Mannes ist eben Disziplin. Der Weg des Mannes ist eben Fokus, Zielsetzung. Der Weg des Mannes ist eben der edle Fahrt. Das ist der Weg des wahren Mannes. Nicht arg, ich lasse mich einfach gehen. Und das ist auch der einzige Grund, warum du diese Beste nicht kontrollieren kannst. Denn, wenn du dieses Monster eigentlich erkennen würdest, dieses Biest in dir, und lernen würdest, es zu zähmen, dann hättest du unfassbar viel Macht auf deiner Seite, die du nutzen könntest, um alles in deinem Leben zu erreichen, was du willst. Und wenn du das erstmal verstehst, dann wirst du merken, dass du nicht mehr der emotionale, kleine, reaktive Mann bist, sondern der emotional starke, kreative Mann bist, der sein Leben so kreiert, wie er es haben will. Wenn du also bereit bist, herauszufinden, was du im Leben haben willst als Mann, in die Umsetzung zu gehen, und Menschen in dein Leben zu ziehen, die wirklich zu dir und deinen Werten passen, dann bewirb dich unbedingt für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn du Fragen geben solltest, hol dir deine Kommentare dann. Wenn du wissen willst, welches Merkmal dich zehnmal attraktiver macht, dann schau dir dieses Video an. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Let's go, champ. Danke schön. Tschüss.